Meiner Meinung nach kann man sich aus dem Internet sehr gerne den tollen ersten Satz suchen, der ja sowieso nur Einleitung ist. Dagegen habe ich nichts. Die Personaler hören auch nicht beim ersten Satz aufzulesen, sondern dann wird es ja spannend, wenn der Bewerber sagt, das schreiben Sie in Ihrer Stellenausschreibung, das suchen Sie und ich kann Ihnen das auf der anderen Seite bieten. Da wird es dann interessant, auch wenn tatsächlich die Begrußformel und die Abschlussformel vielleicht irgendwo standardisiert aus dem Netz gezogen sind. Aber das, was in der Mitte steht, da ist die Musik drin. Wenn man das clever nutzt, glaube ich, kann man tatsächlich im Unternehmen sehr gut punkten. Das optimale Anschreiben ist kurz, prägnant, nicht Standard, möglichst keine Phrasen. Mit Interesse habe ich. Ein besonders cooler Satz war, ich möchte Ninja werden. Die Frau habe ich eingestellt.